In diesem Video geht es um die App Hill Climb Racing, eine süchtig machende Racing App, die ich euch einfach mal vorstellen möchte. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei App Service. Hill Climb Racing ist eine kostenlose, aber dennoch richtig coole App. Und zwar macht sie wirklich abhängig, weil man, wie man hier schon sieht, ein Auto über eine hügelige Landschaft steuern muss und dazu hat man natürlich Gas und Bremse. Diese zwei Pedale dienen auch zur Gleichgewichtsverteilung, das heißt, wenn man Gas gibt, lehnt sich das Auto nach hinten und wenn man bremst nach vorne, ist zwar nicht ganz so realistisch, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, das Auto damit auszutarieren, also in Gleichgewicht zu halten und man will einfach immer weiter kommen. Man hat Möglichkeiten, die Musik und den Sound an- und auszustellen, ansonsten kann man den Entwickler noch unterstützen. Ansonsten gibt es nicht sehr viel zu tun. Man kann hier sich verschiedene Autos und Strecken aussuchen und durch Münzen freischalten, die man beim Fahren erhält. Man kann außerdem das Auto auftunen, dazu gibt es hier diese vier Kategorien. Da kann man zum Beispiel den Motor auftunen. Das ist dann immer autobedient, also man kann hier verschiedene Autos freischalten und dann dazu jeweils Tuning vornehmen. Das heißt, man muss auch aufpassen, wie viel man pro Auto macht, nicht, dass man ein Auto vollpumpen und dann die anderen nicht mehr hat. Ansonsten gibt es relativ coole, abwechslungsreiche Strecken und man könnte auch noch Münzen dazu kaufen, mache ich allerdings nicht. Ansonsten wirklich eine richtig coole App, wollte ich euch einfach mal kurz vorstellen. Wie gesagt, ist kostenlos, ladet sie euch runter. Ich hoffe, euch hat dieses App-Review wieder mal gefallen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und bis dahin, macht's gut. Ciao! 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 Vielen Dank.